Hey Leute, hier ist wieder euer Matrix-Ramstall. Start mit einem neuen Solo-Money-Glitch. Leute, ich habe es euch versprochen. Ich habe es euch versprochen, dass ich einen neuen Solo-Money-Glitch für euch rausfinde. Und ihr wisst ja, alle Vega-Fucking-Fucking-Rockstar-Games kann ich den Money-Glitch nicht auf YouTube hochladen. Deswegen habe ich den Glitch auf Facebook und auf Dailymotion hochgeladen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich fände es mega nice von euch, wenn ihr in diesem Video auch noch einen Daumen da lässt, dass ihr mich weiter auf YouTube unterstützt. Also liked das Video, das wäre mega nice von euch. Und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wäre natürlich auch mega nice, weil wir für euch wieder einen neuen Solo-Money-Glitch gefunden haben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Gucken. Tschau Leute!